Der syrische Präsident Assad hat Israel vorgeworfen, sein Land schwächen zu wollen. Assad äußerte sich zum ersten Mal öffentlich seit den israelischen Luftangriffen Mitte vergangener Woche. Die staatliche Nachrichtenagentur Sanaa zitiert Assad mit den Worten, Syrien werde jede Aggression abwehren. Diese Bilder des syrischen Fernsehens sollen die Zerstörungen nach den israelischen Luftangriffen zeigen. Unter anderem soll ein militärisches Forschungszentrum nahe Damaskus getroffen worden sein.